Nur von der Erlösung kann man sagen, dass sie heilt. Heilmittel ist ein Wort, das auf keine Arznei angewendet werden kann, die die Welt als nützlich akzeptiert. Was die Welt als therapeutisch wahrnimmt, ist nur etwas, was den Körper besser macht. Wenn sie versucht, den Geist zu heilen, dann sieht sie diese nicht getrennt vom Körper, in dem der Geist, so denkt sie, existiert. Ihre Formen der Heilung müssen daher Illusion durch Illusion ersetzen. Ein Glaube an die Krankheit nimmt eine andere Form an, und so betrachtet der Patient sich nunmehr als gesund. Er ist nicht geheilt. Er hatte bloß einen Traum, dass er krank war. Und im Traum fand er eine magische Formel, um sich gesund zu machen. Er ist jedoch nicht aus dem Traum erwacht, und deshalb bleibt sein Geist genauso, wie er vorher war. Er sah das Licht nicht, das ihn wecken und den Traum beenden würde. Welchen Unterschied macht der Inhalt eines Traumes in Wirklichkeit? Entweder schläft man, oder man ist wach. Die glücklichen Träume, die der Heilige Geist bringt, sind anders als das Träumen der Welt. Wo einer nur träumen kann, er sei wach. Die Träume, welche die Vergebung den Geist wahrnehmen lässt, führen keine andere Form von Schlaf vorbei, sodass der Träumer einen anderen Traum träumt. Seine glücklichen Träume sind vorboten dafür, dass dem Geist die Wahrheit dämmert. Sie führen aus dem Schlaf zu einem sanften Erwachen, sodass Träume vergangen sind. Und somit heilen sie für alle Ewigkeit. Die Sühne heilt mit Gewissheit, und sie kuriert jede Krankheit. Denn der Geist, der versteht, dass Krankheit nichts anderes sein kann als ein Traum, lässt sich nicht von den Formen täuschen, die der Traum annehmen mag. Krankheit kann nicht kommen, wo Schuld abwesend ist. Denn sie ist nur eine andere Form von Schuld. Die Sühne heilt nicht die Kranken, denn dies ist keine Heilung. Sie nimmt die Schuld weg, die die Krankheit möglich macht. Und dies ist wirklich Heilung. Denn nun ist Krankheit vergangen, wobei nichts übrig bleibt, zu dem sie wiederkehren kann. Friede sei mit dir, der du in Gott geheilt worden bist, und nicht in nichtigen Träumen. Denn Heilung muss von Heiligkeit kommen. Und Heiligkeit kann nicht gefunden werden, wo Sünde lieb und teuer ist. Gott wohnt in heiligen Tempeln. Wo die Sünde eingekehrt ist, da ist er ausgesperrt. Und dennoch gibt es keinen Ort, wo er nicht ist. Und daher kann die Sünde kein Zuhause haben, in dem sie sich vor seiner Mildtätigkeit verstecken könnte. Es gibt keinen Ort, wo die Heiligkeit nicht ist. Und nirgends können Sünde und Krankheit verweilen. Das ist der Gedanke, der heilt. Er macht zwischen Unwirklichkeiten keinen Unterschied. Auch sucht er nicht zu heilen, was nicht krank ist, dessen uneingedenkt, wo Heilung gebraucht wird. Dies ist keine Magie. Es ist lediglich ein Appell an die Wahrheit, die nicht umhin kann, zu heilen und für immer zu heilen. Es ist kein Gedanke, der eine Illusion nach ihrer Größe, ihrem scheinbaren Ernst oder nach irgendetwas beurteilt, was sich auf die Form bezieht, die sie annimmt. Er konzentriert sich lediglich auf das, was ist und erkennt, dass keine Illusion wirklich sein kann. Wir wollen heute nicht das zu heilen suchen, was nicht unter Krankheit leiden kann. Nach Heilung muss dort gesucht werden, wo sie ist und dann muss sie auf das, was krank ist, angewendet werden, damit es geheilt werden kann. Es gibt kein Heilmittel, das die Welt bereitstellt, das in irgendetwas eine Veränderung bewirken kann. Der Geist, der Illusionen der Wahrheit überbringt, wird wirklich verändert. Es gibt keine Veränderung außer dieser. Denn wie kann sich eine Illusion von einer anderen unterscheiden, außer in Eigenschaften, die keine Substanz, keine Wirklichkeit, keinen Kern haben und nichts, was wahrhaft anders ist. Heute versuchen wir, unser Denken über die Quelle der Krankheit zu ändern. Denn wir suchen ein Heilmittel für alle Illusionen, nicht einen weiteren Wechsel unter ihnen. Wir wollen heute versuchen, die Quelle der Heilung zu finden, die in unserem Geist ist, weil unser Vater sie für uns in ihn gelegt hat. Sie ist nicht weiter von uns entfernt, als wir selbst. Sie ist uns so nah, wie unsere eigenen Gedanken, so nah, dass sie unmöglich verloren gehen kann. Wir brauchen nur nach ihr zu suchen und sie muss gefunden werden. Wir wollen uns heute nicht durch das Irre führen lassen, was uns als krank erscheint. Heute gehen wir über Erscheinung hinaus und erreichen die Quelle der Heilung, von der nichts ausgenommen ist. Das wird uns in dem Maß gelingen, in dem uns klar wird, dass es niemals eine bedeutsame Unterscheidung zwischen dem geben kann, was unwahr ist, und dem, was gleichermaßen unwahr ist. Hier gibt es keine Gerade und keine Überzeugung, dass das, was nicht existiert, in einigen Formen wahrer als in anderen ist. Sie sind allesamt falsch und können geheilt werden, weil sie nicht wahr sind. So legen wir denn unsere Amulette, unsere Talismanne und Arzneien, unsere Litaneien und magischen Mittelchen weg, welche Form sie auch annehmen mögen. Wir wollen still sein und auf die Stimme der Heilung horchen, die alle übel als eins heilen und die geistige Gesundheit des Sohnes Gottes wiederherstellen wird. Keine Stimme außer dieser kann heilen. Heute hören wir eine einzige Stimme, die von Wahrheit zu uns spricht, wo alle Illusionen enden und der Frieden in das ewige, ruhige Zuhause Gottes wiederkehrt. Wir erwachen, indem wir ihn hören und lassen ihn zu Beginn des Tages fünf Minuten zu uns sprechen. Und wir beschließen den Tag, indem wir weitere fünf Minuten hinhorchen, bevor wir schlafen gehen. Unsere einzige Vorbereitung darauf ist die, dass wir unsere störenden Gedanken weglegen lassen. Nicht einzeln, sondern alle zusammen wie einen einzigen. Sie sind das Gleiche. Wir brauchen sie nicht anders zu machen und damit die Zeit hinaus zu zögern, in der wir unseren Vater zu uns sprechen hören können. mit nichts in unseren Händen, woran wir uns klammern könnten. Mit erhobenem Herzen und einem horchenden Geist beten wir. nur von der Erlösung kann man sagen, dass sie heilt. Und wir werden fühlen, und wir werden fühlen, wie die Erlösung uns mit sanftem Schutz und einem solchen tiefen Frieden bedeckt, dass keine Illusionen unseren Geist stören, noch uns Beweise bieten kann, dass sie wirklich ist. das werden wir heute lernen. Und wir werden unser Gebet um Heilung jede Stunde sagen und uns bei jedem Stundenschlag eine Minute nehmen, um zu hören, wie uns die Antwort auf unser Gebet gegeben wird, wenn wir in Schweigen und in Freude darauf achten. Dies ist der Tag, an dem die Heilung zu uns kommt. Dies ist der Tag, an dem die Trennung endet und wir erinnern uns, wer wir wirklich sind. nur von der Erlösung kann man sagen, dass sie heilt.